Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Freitag, der 27. Januar 2023 und auch heute wollen wir uns einen Blick auf die Wall Street gönnen, natürlich nach den Tesla Earnings ganz besonders, aber auch auf den erstaunlich starken Verlauf und den nachhaltigen Aufschlägen, die wir letzte Woche Freitag zu sehen bekommen haben. In wenigen Sekunden gibt es mehr. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun, zunächst einmal die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Der S&P 500 steht vor einem jetzt positiven Wochenschluss und die Rückeroberung der 4.000er Marke hier in diesem Zusammenhang, eventuell sogar der starke Vorwochenschluss vergangene Woche am Freitag mit diesem erstaunlichen Reversal hier, was wir auch im Podcast thematisiert haben, der stellte sich ja im Laufe der vergangenen Woche dann als nachhaltig heraus. Die letzten Tage haben hier deutlich positive Signale geliefert und nun kommt es für die kommende Handelswoche darauf an, wie die Big Tech Names der Wall Street dann rund um Google, Apple, Amazon hier performen. Die legen ja alle ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vor. Und über all dem schwebt dann noch darüber hinaus die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED hier kommende Woche am Mittwoch. Grundsätzlich kann man sagen, werden die Karten im übertragenen Sinne dann zwar neu gemischt, wobei ich allerdings ein Bias habe. Und meine Tendenz, die geht hier klar, ganz klar eigentlich in Richtung weiterer Aufschläge mit erstem zu überwindendem Schlüsselniveau um 4100 Punkte. Sollte hier ein Bruch höher dann auf den Weg gebracht werden und gelingen, wir diesen Ausbruch also halten können, in Verbindung dann vielleicht sogar mit zunehmenden Spekulationen einer ab der zweiten Jahreshälfte geldpolitisch laxer agierenden US-Notenbank FED, was dann in irgendeiner Form aus dem FED-Statement kommende Woche am Mittwoch hervorgeht, was die Marktteilnehmer in die Rhetorik der FED-Offiziellen hineininterpretieren, dann könnte das der Beginn eines sehr positiven ersten Quartals werden, der sich auch natürlich im Einzeltitelbereich bemerkbar machen wird, eventuell ganz besonders in Tesla. US-amerikanischer Autohersteller, der neben Elektroautos auch Batteriespeicher und Photovoltaikanlagen produziert und Tesla ja am Mittwoch nachbörslich mitzahlen und die waren sehr stark. Und auch der Ausblick, der wusste zu überzeugen, Elon Musk, der trat im Earnings Call nach der Veröffentlichung zudem sehr selbstbewusst und auch recht optimistisch tatsächlich sogar auf. Konkret erstmal zu den Zahlen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie, der belief sich auf 1,19 Dollar gegenüber 1,13 Dollar seitens der Wallstreet-Analysten erwartet und auch beim Umsatz konnte Tesla die erwarteten Zahlen der Wallstreet übertreffen, wies für das vierte Quartal 24,32 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 24,16 Milliarden US-Dollar aus. Im Vergleich zum Vorjahresquartal offenbart sich, dass die Wachstumsgeschichte Tesla weiter intakt ist. Damals meldete Tesla einen Umsatz von 17,72 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn von 85 US-Dollar Cent. Split-adjustiert selbstverständlich. Die Bruttomarge im Automobilbereich belief sich auf 25,9 Prozent. Tatsächlich der niedrigste Wert in den letzten fünf Quartalen, geschuldet sicherlich allerdings dem inflationären Marktumfeld insgesamt. Der operative Cashflow, der ging gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent und gegenüber dem letzten Quartal um 36 Prozent zurück und belief sich auf jetzt 3,28 Milliarden US-Dollar. Tesla merkte in einem mit den Zahlen veröffentlichten Statement an, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise im Allgemeinen sich seit vielen Jahren in einem Abwärtstrend befinden und fügte hinzu, dass Erschwinglichkeit notwendig wäre, damit Tesla zu einem Unternehmen wachsen kann, das jährlich mehrere Millionen Autos verkauft. Diese Ausführung, die geht Hand in Hand mit den Preissenkungen jetzt Anfang des Monats Januar in China, den USA, aber auch in Deutschland. Und diese Preissenkungen, die resultierten bereits in sichtbaren Nachfrageschüben. In diesem Zusammenhang äußerte sich Elon Musk im Earnings Call wie folgt. Er sagte, bisher haben wir im Januar allein die stärksten Bestellungen und Orderaufträge seit Jahresbeginn als je zuvor eigentlich in unserer Geschichte gesehen. Wir sehen derzeit Aufträge, die fast doppelt so hoch sind wie die Produktionsrate. Angesprochen auf die trotzdem eher konservative Prognose von 1,8 Millionen produzierter Teslas im Jahr 2023 entgegnete Musk. Wir sagen an dieser Stelle 1,8 Millionen, weil es anscheinend immer irgendwo auf der Erde zu etwas höherer Gewalt kommt. Sprich, wir haben keine Kontrolle darüber, ob es Erdbeben sind, Tsunamis, Kriege, Pandemien und so weiter. Und wenn es ein reibungsloses Jahr wird, ohne große Unterbrechung der Lieferkette oder massive Probleme, haben wir das Potenzial, dieses Jahr 2 Millionen Autos herzustellen. Ich denke, dass es auch dafür eine Nachfrage geben würde. Insgesamt hielt sich Tesla allerdings sonst mit Prognosen zurück, wiederholte jedoch in seiner Mitteilung, wir planen die Produktion so schnell wie möglich zu steigern, in Übereinstimmung mit dem Ziel einer durchschnittlich jährlichen Wachstumsrate von 50 Prozent, das wir Anfang 2021 anvisiert haben. Die Aktionäre stellten eine Frage dazu, wie Musk plant, die Marke und den Ruf von Tesla vor Rückschlägen zu schützen, die aus seinen politischen Äußerungen und seinem neuen Job als CEO von Twitter sich ergibt, dem Social Media Unternehmen, das er ja im Oktober 2022 erworben hat. Musk antwortete, indem er Twitter als großartig anpries, um mit Kunden in Kontakt zu treten. In diesem Zusammenhang erwähnte er beispielsweise seine Followerzahl von über 120 Millionen Follower unter der gleichen. Darüber hinaus gab Tesla auch Auskunft über den Geschäftsbereich Batteriespeicher, wo die Einnahmen aus der Energieerzeugung und Energiespeicherung stieg und im Jahresvergleich 1,31 Milliarden US-Dollar Umsatz erreichten. Das Unternehmen bekräftigte auch, dass ein Cybertruck-Pickup auf dem Weg ist, die Produktion in diesem Jahr in Texas aufzunehmen, aber erst im nächsten Jahr dann die Serienproduktion erreichen wird. Unterm Strich bleibt ein, meiner Einschätzung nach, starker Quartalsbericht, obwohl ich in Bezug auf Engagements unter 200 US-Dollar die Aktie noch zurückhaltend bin. Die Aktie hat jetzt einen Bounce von rund 50% ausgehend von seinen Januar-Tiefs um rund 100 US-Dollar knapp oberhalb zu sehen bekommen. Das Ausgangsniveau des Dezember-Ausverkaufs ist für mich so eine Art, sagen wir mal, Linie im Sand. Sollten wir diese und somit dann auch die 200-Dollar-Marke zurückerobern, ist die Aktie nicht nur mittel, sondern auch langfristig tatsächlich weiter Teil eines zukunftsträchtigen Portfolios. Das war also Tesla. Börsenkürzel TSLA. Dann wollen wir uns einen Blick auf IBM gönnen, dem US-amerikanischen IT- und Beratungsunternehmen. Auch IBM am Mittwoch nachbörslich mit Zahlen und auch diese dürfen als stark angesehen werden. IBM wies einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 3,60 Dollar aus, gegenüber seitens der Wall Street erwarteter 3,59 Dollar. Und auch beim Umsatz wusste IBM zu überzeugen, wies einen Umsatz von 16,69 Milliarden US-Dollar gegenüber seitens der Wall Street erwarteter 16,4 Milliarden US-Dollar aus. Tatsächlich hatten die Wall Street Analysten erwartet, dass der Gesamtumsatz von IBM zum ersten Mal seit zwei Jahren rückläufig wäre. Dieser wurde aber unverändert ausgewiesen, während der Nettogewinn um 16 Prozent auf 2,71 Milliarden US-Dollar stieg. Die von Microsoft in ihrem Quartalsbericht in Aussicht gestellte Verlangsamung des Neugeschäfts im Dezember, die konnte der CEO von IBM, Arvind Krishna, nicht erkennen. Der sagte, ich sehe, dass unsere Kunden neue Entwicklungen durchführen wollen. IBM verkündete auch, rund 3.900 Stellen abbauen zu wollen, was 1,5 Prozent der Belegschaft von IBM insgesamt entspricht, allerdings keine wirklich neue Nachricht ist, denn Bloomberg hatte diesbezüglich bereits berichtet. Darüber hinaus sieht IBM im ersten Quartal eine Belastung von 300 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Abspaltung von Kindrill, seinem Managed Infrastructure-Geschäft und der Veräußerung seiner Watson-Gesundheitseinheit im vergangenen Jahr. Das Software-Segment von IBM verzeichnete 7,29 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von fast 3 Prozent entspricht und über dem Konsens von 7,12 Milliarden US-Dollar der Wall Street-Analysten lag. IBM erzielte 4,77 Milliarden US-Dollar an Beratungseinnahmen, ein Plus von 0,5 Prozent und etwas weniger als die seitens der Analysten erwarteten 4,8 Milliarden US-Dollar. Das Infrastruktur-Segment von IBM erwirtschaftete 4,48 Milliarden US-Dollar, ein Plus von fast 2 Prozent und ebenfalls über der Erwartung der Wall Street von 4,18 Milliarden US-Dollar. Aber ich möchte sagen, es gab auch ein wenig Schatten. Jin Kevenu, der Finanzchef der CFO von IBM, der sagte in einer Telefonkonferenz, dass es vernünftig wäre, davon auszugehen, dass IBM ein Umsatzwachstum am unteren Ende im mittleren einstelligen Bereich im Jahr 2023 erreichen dürfte. Das ist zwar nicht schlecht, wird aber eben in Bezug auf die Aktie auch nicht wirklich bullisch wahrgenommen, wie der Kursvorlauf aktuell deutlich zeigt. Nach dem Rutsch jetzt unter die 137 Dollar Marke ist meiner Einschätzung nach ein zeitnaher Test der 130er Region nicht auszuschließen. Und sollte diese dann verteidigt werden können, könnte man über eine kleine Beimischung im Portfolio nachdenken. Aber bis hier ein klares Signal geliefert ist, würde ich mein Pulver in Bezug auf ein IBM Engagement zunächst trocken halten. Das war IBM. Börsenkürzel IBM. Und final wollen wir noch einen Blick werfen auf Boeing. Im Jahr 2020, der zweitgrößte Hersteller von Luft- und Raumfahrtechnik, zu den Produkten des Unternehmens zählen unter anderem zivile, militärische Flugzeuge, Hubschrauber, Raumschiffe und Satelliten sowie Trägerraketen und Raketenwaffen. Boeing legte bereits am Mittwoch vor, bis sich Zahlen vor und auch diese waren nachher sagen wir mal durchaus interessant. Boeing verbuchte für das vierte Quartal einen Verlust von 663 Millionen US-Dollar. Als Begründung führte das Unternehmen anhaltende Lieferkettenprobleme an und trotz einer Erholung der Flugzeugverkäufe und Auslieferungen hier, die den Umsatz ja steigern konnten. Während Fluggesellschaften und Flugzeughersteller grundsätzlich von einer starken Erholung des Luftverkehrs profitiert haben, hatte diese Branche unter der Covid-Pandemie doch besonders gelitten, stellt sich die Situation bei Boeing etwas schwierig dar, denn dort hat das Management etwas gezögert, die Flugzeugproduktion wieder hochzufahren, wartete im erweiterten Sinne zu lange, bis sich die Lieferketten hier stabilisiert hatten. Das Unternehmen produziert derzeit 31 seiner 737 Jets pro Monat und plant diese Zahl im Jahr 2025, eventuell auch erst 2026, auf etwa 50 pro Monat zu erhöhen. Boeing teilte darüber hinaus mit, es wolle die niedrigere Produktionsrate der 787 Dreamliner gegen Ende des Jahres auf 5 pro Monat erhöhen und auf 10 pro Monat im Jahr 2025 bzw. 2026. Kurz zur Erinnerung, die Auslieferung dieser Großraumflugzeuge war aufgrund von Produktionsfehlern für rund zwei Jahre bis zu diesem Sommer ausgesetzt worden. Für das Gesamtjahr wies Boeing einen Verlust von 5 Milliarden US-Dollar, trotz einer Umsatzsteigerung von 7% auf 66,6 Milliarden US-Dollar. Konkret im vierten Quartal fuhr Boeing einen bereinigten Verlust pro Aktie von 1,75 Dollar gegenüber einem erwarteten Gewinn pro Aktie von 26 Cent. Auch beim Umsatz enttäuschte Boeing enttäuschte mit 19,98 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 20,38 Milliarden US-Dollar ebenfalls. Und am Strich bleibt, Boeing erwirtschaftete im vierten Quartal einen Cashflow von 3,1 Milliarden US-Dollar, was wiederum mehr als die seitens der Wall Street prognostizierten 2,3 Milliarden US-Dollar für das Jahr war. Tatsächlich der höchste Cashflow seit 2018 von dem zweiten von zwei tödlichen Abstürzen, damals mit der 737 Max, die eine hergeringangene Krise für das Unternehmen ausgelöst hat. Nun, die Verkehrsflugzeugsparte erwirtschaftete im vierten Quartal einen Umsatz von 9,2 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 94% gegenüber dem Vorjahr entspricht, da die Auslieferungen hier sprunghaft angestiegen sind, aber aufgrund ungewöhnlicher Kosten und anderer Ausgaben wie Forschung und Entwicklung immer noch einen Verlust verzeichnet hatten, so zumindest das Unternehmen. Boeing bekräftigte seine Erwartungen in diesem Jahr, zwischen 3 und 5 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow zu generieren. Der CEO Dave Calhoun, der sagte in einem Memo an die Boeing-Mitarbeiter, wir sind stolz darauf, wie wir das Jahr 2022 abgeschlossen haben und trotz der vor uns liegenden Hürden sind wir zuversichtlich für unseren weiteren Weg. Und er sagte weiter, wir haben eine solide Pipeline von Entwicklungsprogrammen, wir führen Innovationen für die Zukunft durch und erhöhen unsere Investitionen, um uns auf unsere nächsten Produktionsgeneration vorzubereiten. Blickt man auf den Kursverlauf seit Oktober, schaut dieser irgendwie imposant aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Kurs der Aktie hat sich nahezu verdoppelt, aber trotzdem bin ich in Bezug auf mittelfristige Engagements im Bereich Fluggesellschaften irgendwie immer ein wenig zurückhaltend, habe Beimischung hier im Portfolio allenfalls in kleinem Umfang und mit spekulativem Touch, ausgehend von den diversen Unwägbarkeiten und muss sagen, ausgehend von dieser Überdehnung jetzt auf der Oberseite, erwarte ich auch kurzfristig hier tatsächlich eher einen Rücksetzer, würde also bis dato mich mit Engagements zurückhalten wollen. Das war Boeing, Börsenkürzel BA. Und das war der Admirals Aktien Podcast 2.0 heute am Freitag, den 27. Januar 2023. Denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren 2.0 mit Admirals. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch nächste Woche hier am Montag wieder reinhören am 30. Januar und verbleibe bis dahin mit einem Happy Trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf, haben Sie sich wohl, machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag.